Arda Garuda Beda, wörtlich die halbe zerbrechende Adlerstellung, geht wie folgt. Aus der Sitzhaltung heraus gib einen Fuß unter die gleichseitige Achselhöhle. Dann gib die Hände vom Brustkorb zusammen. Das ist Arda Garuda Beda, das halbe zerbrechen des Adlers. Oder eben auch das Spalten von der Garuda-Stellung. Volle Garuda-Stellung ist ja die Füße sind miteinander verschränkt und die Arme auch.